Hier ist der erste Spieler von K. Harrison auf der 7. Unterlegsabteilung bei Daniel Williams, die Weltmeisterin und Ansela von 7. Jahrzehntem. Sie sehen es, alle dich bei Sonnen können heißen, oder Daniel Williams, es ist die Wendwasserin, Daniel Williams, sie kann sich wieder ausdrücken. Ich sage jetzt, wo ich schon blieben? Drei Personen, die so eine Diophilie sind. Das selbe jetzt gestanden, die letzten 10 Meter. Und alle Leistungen, wir sind auf 6,23 Meter. Wir hätten auch eine Scheibe, wir sind aus Tokyo mit dabei. Daniel Williams! 6 Meter bereits im Wegkampf. 12, 20, eine neue Welt. Volle Konzentration. Heute zwischen drei ersten und einem gewissen Weg. Wir sind Toppo-Europa-Leister mit 100 und 200 Meter Aufdruck. Punktpel Toppo- draussen bei 13 på Metro. Was? Huang馬 Benilli,��,ormann undte kam die dritte. Die Lade war gleich mit 3 Schatten. Ja, aber ist jetzt, dass wir alle voller anderen einzugehen, scoren sie mit 4 Schatten. Vielen Dank.